Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatorius zu einem weiteren Teil von Let's Play Anno 1800, mit mir dem Tante Günner, auch bekannt als Günter Scherdo. Ich speichere noch gerade mein Part vom, oder mein, ich speichere noch gerade das Let's Play, das ihr im vorangegangenen Teil gesehen habt. Und ab, wir spielen immer noch die Kampagne mit unserer Michiko, die hier versucht, Ditchi Water zu verwalten und zu reformieren, im Sinne eines aufgeklärten Absolutismus, der auch Wert auf eine beschränkte freie Meinungsäußerung legt. Und wir brauchen jetzt Eisen. So ist es. Das ist richtig. Oh ja, genau, dann lass doch mal gucken. Übrig, wir könnten uns den Weg freisprengen. Oh, verwegene Idee. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Dann lass mal graben, Junge. Beginnen wir mal mit dieser Phase. Oh, neue Gebäude freigeschaltet. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Ah, sie findet das doof, ne? Okay, gut, schade. Äußerst, äußerst schade. Ähm, nimm, 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 nimm. Schießen sie die erste Phase Dingsbums ab. Okay. Ach ja, und du brauchst sowieso eine Anbindung, ne? Machen wir mal dieses. Machen wir mal dieses. Und apropos eine Million Jahre. Wir brauchen jetzt definitiv die zweite Lehmgrube. So ist es. Auch du willst ja ans Kontor angeschlossen werden. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Äh, ha. Vater warnt er sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sets. Äh, ha. Eine Produktion wurde angehalten. Schauen wir mal, wo ist er, der Sprengstoffmeister. Eine Produktion wurde angehalten. Ohne, dass das jetzt auch doof klingen soll, aber tatsächlich werde ich mir das mal angucken, wie unser Konkurrent Edward, wie der hier seine Siedlung da so managt. Ah, was? Ne, doch nicht. Eine Produktion wurde angehalten. Vielleicht kann man sich ja da den ein oder anderen Kniff noch abgucken, ne? Ja, lass mal hier nochmal. Wo ist der denn, der Gringo? Also eins muss man dem Edward hier lassen. Er hat das alles hier sehr konzise ausgebaut. Da war so das ein oder andere brauchbare Lagerhaus hier. Das würde wahrscheinlich dann im späteren Verlauf der Kampagne auf eine Auseinandersetzung mit Edward hinauslaufen, auf eine militärische. Ich erinnere mich auch so ein bisschen an Anno 16er 2. Da gab es ja diese, da gab es ja auch diese diversen militärischen Auseinandersetzungen, die man da auf den Inselchen führen konnte. Kanonentürme von der KI. Oh Leute, ey, die waren so doof. Das hat immer viele Ressourcen gefressen und meine Micro war unglaublich miserabel. Das weiß ich auch noch. Ich werde hier wahrscheinlich auch den ein oder anderen Fail hier zu sehen bekommen. So wie jetzt wahrscheinlich auch gerade. Das ist ja Besuchersteg, oder was? Ja, Besucher Kai, ja. Okay, machen wir das natürlich korrekt. Ey Junge, wo ist er? Suchen Sie den Sprengmeister. Und dann zentrieren Sie hier auf dieses Lagerhaus. Als ob der da irgendwo ist, ne? Das kann eigentlich nicht sein. Das sind seine Sägewerke. Was ist das hier denn? Dynamitgeschäft. Achso. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Oh ja, ich weiß. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Ach. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ach. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wo finde ich dieses Gefängnis? Aus dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag. Bleib ruhig. Okay, okay. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien, ihrer Majestät, an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter. Ist er noch viel zu milde? Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin. Mitglied des Rates. Er... Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werden. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig. Wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Und, ähm... Wir reden da in 100 Spielstunden noch mal drüber. Die Renten wurde aufgekündigt. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Na aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Ah, so, dann schauen wir mal. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Ah, guck mal hier. Und der sucht... Patat. Ah, schau dir das mal an. Und da kann ich jetzt so Typen kaufen. Hier ausgerüstet. Handelskammer. Mietpreis. 5.800. Verkaufspreis. 1.450. Oh, okay. Nehmen wir mal gerade... Barrel & Mara hat sich aus eigener Kraft hochgearbeitet. Aber wenn ihre Methoden alles andere als konventionell sind, sie ist eine rücksichtslosere Wahlin. Aber wenn sie mit ihr zu tun haben, stellen sie möglicherweise fest, dass es ihr nicht an Herz mangelt. Okay, gut. Diese Fischerin. Produktivität plus 10. Und was bringst du eigentlich... Minus 40. Okay. Mietpreis 25.000. Alter. Ganz schön teurer Spaß. Angebot erneuern. Kostet 5000 Münzen. Besser mal noch nicht. Okay. Aber ich muss dann auch mal so ein paar Handelsrouten errichten und so. Das ist ja dann eigentlich auch mal... Das machen wir vielleicht auch noch mal... So, suchen sie den Sprengmeister hier im Steinbruch. Da ist er doch bestimmt dann irgendwo hier am Rumschuften, hm? Ich behaupte ja nicht, dass ihr Vater kein Verräter war, aber... Aber... Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Das wird noch... Ich musste mal Mr. Bleakworths schorthigen Rücken schrubben. Ich geh... Das wird bald mal even brighter Sands sein. Ich verstehe, dass sich ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Ihnen mangelt es an Fruchtbarkeit. Über dieses Menü können sie ganz leicht Handelsrouten einrichten. Um Waren automatisch zwischen zwei Inseln zu transportieren. Okay, coole Sache. So, da kommt der Zeig nochmal ein bisschen... Also im Steinbruch hast du... Steinbruch hast du gesagt. Warum warst du hinterlegt? Weil ich den vorhin ausgewählt hatte. Da ist noch einer. Komisch. Das waren doch alle hier im Steinbruch. Ah. So, und dann ist er weg. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Okay. Äh, stopp, das wollte ich gar nicht machen. Ein Gefangenentransport, was sonst? Ah, hier der ist. Das ist aber nicht meine Insel. Das ist auch nicht meine. Das ist schon eher, ne? Schließen Sie die erste Phase ab. Phase abschließen. So, jetzt brauchen wir den Springmeister. Corrupt. Ich brauche noch Fisch. Ich brauche einen Fisch. Fisch. Gib mir mal Fisch. Also, warte mal. Du kannst mir gerade zeigen. 100% und 100%. Aber das läuft doch dann auch, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht so wichtig, dass das hier alles so, dass ich da auf diese Felder achte, oder? Dann kommen Segeln mal schneller. Dann kommen Segeln mal schneller. Ups. Jeder von Vaters Vertrauten ist doch ein Freund von uns. Also, bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Mhm. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Deswegen machen wir das, glaube ich, nicht. Wir wollen ja einfach nur blutige Rache üben. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle. Was macht es für einen Unterschied? Hm. Bei mir tust du es als freier Mann. Also, würde ich schon sagen, dass das ein qualitativer Unterschied ist. Also, nochmal einen Blick hier ins Kontor. Also, Fisch kommt auf jeden Fall bald wieder rein. Wir haben 70 Kartoffeln. Das ist echt eine ansehnliche Menge. Oh, das würde ich jetzt mal nicht so sagen, ne? Okay, pass auf. Wir richten mal so eine Route ein. Ich habe das noch nicht gemacht. Also, insofern. So, diese sind keine Schiffe zugewiesen. Dann machen wir mal hier die Beagle. Genau. So, verfügbare Freischaltplätze, blablabla. Fügen Sie an die Station von der Karte auswählen. Also dann. Wir wählen dich aus und wir sagen, Fracht entsorgen, auf Löschung warten, auf Waren warten, klicken, um zu laden, Kartoffeln. Und zwar, sagen wir mal, 20 annehmen. Yo. Ja, aber nicht über Bord werfen. Das ist mir nicht so. Und dann fährst du bitte hier hin. Und dann verkaufst du da die 20 Patat. Und jetzt sage ich mal, annehmen. Ja. Annehmen. So. Nochmal zu. Und jetzt? Ach so, die 20 Dinger da drin. Ah ja, cool. Okay, ich glaube, es funktioniert. Schauen wir mal. Habe ich noch nicht gemacht, aber bisher, kinderleicht. Wenn es jetzt funktioniert, ne? Wer sind all diese Wichtigtuer? Aber eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Naja, aber spektakulär ist es wahrscheinlich schon, ne? Ich schade, dass wir das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht. Das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Boom. Bakuatsu. Das war wirklich beeindruckend. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Wow, der hatte echt den Berg pulverisiert. Ja, eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Ja. Großer Knall in den Bergen sichert ambitionierten Goodie-Geschwistern wertvolles Eisen für angehende Kriegsschiff-Produktion im Auftrag der Königin. Okay. Sehr schön. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Jo. Stahlträger sind der Grundpfeiler der Industrialisierung. Wir brauchen Eisen. Ja, okay. Arbeiter, ne? Okay. Und zwar, wir brauchen eine Eisenmine und wir brauchen eine Köhlerei. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Oh, was gibst du mir? Großer Geldbeutel. Aufstandsgefahr minus 60%. Klingt auf jeden Fall cool, als ob wir das nochmal gebrauchen könnten für 4.000 und verbessert die Beziehungen. Okay, Schwester. Danke, danke. Corrupt. Ah, okay. Und wir haben jetzt gerade einmal hier mit ihm gedealt, ne? Wozu das Ganze unnötig hinaus zögern? Jetzt, da er weg ist. Was meint er jetzt genau mit dieser Chance? So, und der Köhler, der macht natürlich das, was ein Köhler so macht. Er verwandelt Holz in Kohle. Und macht das von mir aus. Mit einem möglichst geringen, gerade Überschneidung da hinten. Oh, Attraktivität hat sich verringert. Umweltverschmutzung. Ah, okay, das ist es. Ja, ja, wir müssen irgendwann auch nochmal ein bisschen was für Kultur tun. Was? Wo? Und dann grinst sie noch so. Wo? Wo sind die Hundehaufen, wenn ich die Hundebesitzer kriege? Der Hochofen. Da bauen wir doch zwei am besten von, hä? Warte mal gerade. So, das würde ich jetzt mal gerade so vorschlagen. Und jetzt nehmen wir mal hier hoch oben. Die, die, die. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Autsch. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Ja. Das sieht der Tenno ähnlich. Ja, warte mal. Das Ding da steht aber doof. Bauen wir mal hier hin, Junge. Schwester. Spielstand gespeichert. Okay, dog. So, da drüben. Oh, wir brauchen mehr Arbeiter. Hi, Chihuahua. Okay. Ich zeige nochmal gerade hier. Was ist das? Unsere Polizeiwache. Okay. Da sind die Cops. Da sind die. Und da bist du. Das heißt, wir brauchen vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Bullerei oder sowas. Oder wir brauchen irgendwann nochmal Ach, sorry, habe ich nicht gesagt. Wir brauchen irgendwann nochmal eine zweite Polizeiwache. Ne, sorry, das habe ich echt nicht gesagt. Ich habe großen Respekt vor diesem Berufsfeld. Vor diesen Leuten, die diesen Beruf ausüben. Denn das ist wirklich kein einfacher Job. Und ich persönlich möchte das nicht unbedingt machen müssen. Abgesehen davon, dass ich ein viel zu krasser Lauf für den Job bin oder so. Lassen wir das nochmal außen vor. Ähm... Also wir tun einfach so, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Und... Machen wir noch ein paar Häusle. Ich stoppe nochmal. Ich mache gerade wieder irgendeinen Quatsch. Also, ich habe heute aber echt den Code an den Fingern, ne. Ich habe irgendwie... Ich kriege das nicht hin, diese Straßen hier halbwegs sinnig zusammenzubauen. Ich muss also sagen, die Kontextualisierung hier dieser Bau-Menü ist eigentlich ganz stimmig. So, für meine Begriffe. Sollte es übrigens nicht heißen, dass es hier so ein... Also, ich mache jetzt bestimmt kein Review zu diesem Spiel. Dafür bin ich... Es sind viel zu unbedarft und zu schlecht. Ah, und die hier, denen fehlt irgendwas. Gleich mal gucken, was denen da so fehlt. Ne, na, die sind... Na, guck mal hier, die sind nicht mehr so super an den Markt angebunden, ne. Ja, wobei... Ähm, warte mal, da ist die Markthalle, ne. Ja, muss ich hier die... Die Dinger hier muss ich noch umziehen. Da unsere... Das hat unsere Schafsproduktion da, ne. Die muss auf jeden Fall auch noch anders platziert werden. Und dann können wir auch hingehen und nochmal ein paar Häuser appen. Und ich glaube, die Handwerkskammer... Die stellen wir jetzt auch mal hier auf, weil das sind die arbeitsintensiven... Äh, da sind die arbeitsintensiven Berufe, ne. Also ich meine, das ist da sicherlich auch nicht... Nicht, äh... Nicht leicht und so weiter, aber... Die arbeitsintensiven Berufe sind definitiv... Oder arbeitsintensiven Betriebe, das werden doch die da drüben sein, ne. Ich meine, da sind 200 Arbeiter werden da gebraucht. Oder hier 100. Und was ist hier? 25. 25. Okay, 50, ne. Also das hat einfach nochmal eine ganz andere Qualität, ne. Muss man auch so sehen. Okay, also die drei Häuser hier, Die passen eigentlich nicht mehr so gut hier rein. Das gilt für die übrigens auch. Ja, die müssen alle hier... Die müssen alle hier hochwandern. Die muss ich alle woanders hinpflanzen. Das blöd, ne. Das ist sonst irgendwie doof. machen wir auch... Und das war... Man hat folgendermaßen... Die verschiebe ich um ein Feld. Das ist besser, kein Schwindel. Den verschiebe ich bitte um eins. Das Feld könnten wir tatsächlich hier hinbauen. Warum auch nicht? Ich meine, da kann er ja gerade einfach mal über die andere Straßenseite laufen. Ich meine, ich muss ja auch schon... Wenn ich alleine meine Hausmüll rausbringen will, muss ich auch schon über zwei... Muss ich auch schon irgendwie so über... Muss ich auch schon einmal über die Straße rennen. Warte mal, und das machen wir nochmal ein bisschen anders. So, dass wir da die direkte Straßenanbindung haben. Und jetzt können wir unsere... Kartoffelbauern... hier drüben hinsetzen. Weg damit. Aber... So, jetzt geht's... ... ... ... Also, ich gehe aus... Ich gehe aus... ... ... So ist er doch ganz brauchbar. Und ich hole mir da oben nochmal schön viel Platz raus. Ich meine das ist ja eigentlich, warte mal, das ist doof was ich hier mache, wie wahrscheinlich fast alles was ich hier mache, aber Spaß beiseite, also das ist eigentlich echt schön hier dieses Management der nutzbaren und zur verfügung stehenden Fläche, bin gespannt wie sie hier Geografen bei diesem Spiel schlagen, muss ja eigentlich hier voll die Bros sein, ne, voll die Pros meine ich. Das überschneidet sich da oben mit dem Herrn Oberförster. Ja, ja alles gut Junge, Alde. So ne, brauchbar. Boah, Alter ey, was mache ich hier, also bin ich hier auf Erden, nochmal weg, nochmal weg, nochmal weg, hallo? So, machen wir das nicht weg, ok, das mit dem Löschen könnte noch ein bisschen besser funzen, aber ok. Wie läuft denn das eigentlich bei, der Marktplatz zeigt jetzt an, wie die versorgt sind oder was, so allgemein im Schnitt. Aha, wir können unsere Zeitung Korrektur lesen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Ja, finde ich aber irgendwie erstmal ganz cool, also schauen wir mal. Neue Gesellschaft schlägt Wurzeln, Michiko besiedelt die erste Insel, ein Keim, der sich hoffentlich zu einem großen Baum auswächst. Der goldene Früchte trägt, in unserer historischen Aufgabe stellen wir die Gesellschaft vor und freuen uns, wer weiß, wie lange die Freude anhält. Ähm, plus 5 einsetzbar durch Propaganda, ok. Journalismus hält man dem Leben einen Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Ja, ok. Kriegsausbruch zwischen Rivalen. Unsere Nachbarn haben sich in Krieg erklärt. Ein abgefangenes Telegramm hat den Sachverhalt bestätigt, von dem viele glauben. Dass er schon lange in der Luft lag, nun ist der Darm gebrochen, doch kein Grund für uns zu reagieren. Neutrale sollten sich dumm stellen. Ja gut, also wir können uns da ja später mal einmischen, aber wir gehen es erstmal slow an. Gelddruckmaschine. Nach der positiven Entwicklung bei Michiko mit sagenhaften Gewinnen sagt man, dort habe man Midas goldenes Händchen. Gut für Midas ist die Geschichte nicht ausgegangen, aber halten wir uns nicht mit Schwarzmalerei auf. Ok. Wir können das jetzt überarbeiten und dann lektorieren, aber wir können es auch so veröffentlichen, weil wir kriegen Plus 5 und Plus 5, das finde ich ganz brauchbar. Wenn wir halt irgendwelche Mali bekämen, dann würde ich sagen, hey, wir könnten mal überlegen, ob wir da mal über so eine kleine redaktionelle Sitzung, so eine kleine redaktionelle Sondersitzung nochmal nachdenken. Ist jetzt aber hier natürlich auch nicht so akut. Und dann in dem Falle, wo stehe ich da jetzt auch gar nicht großartig dran rum? Also, wir wollten ein bisschen umziehen, ne? Also, unser neuer Standort für den sozialen Wohnungsbau. Kommen wir vor, die anfangen zu kotzen, brauche ich mal schnell die Straße hier. Halt, stopp. Da ging das ja wohl noch, ne? Da ging das ja wohl noch. Einshaft? Ja, sorry, ich ziehe mal gerade hier ein paar. Wir siedeln mal gerade ein paar Leute um. Starlin Style. Passt ja auch gewissermaßen ins lange 19. Jahrhundert. Okay. Da gibt es bestimmt einen Kartenmodus, womit man das viel einfacher sehen kann. Aber, das ist mir jetzt mal gerade egal. Ich mach, ich finde mich da nachher nochmal rein. Aber vielleicht hat einer von euch auch noch einen heißen Tipp wegen diesem, wegen einem vermeintlichen Kartenmodus, der das optimiert. Und dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Und eure Tipps und so weiter und so fort. Ah, ouchi. Puppen, pouchi. Erst mit so natürlich dann nicht gehen, ne? Okay, müssen wir mal gucken. Machen wir jetzt erstmal so. Und, äh, komm, wir reißen... ...diese Parkanlage hier mal ab. Die Kohle bekommen wir hier wieder. Die Parks können wir ein andermal ausbauen, ne? Das machen wir tatsächlich etwas später. Ich mach das in der Regel immer so ein bisschen nacheinander. Ähm, zeig mir doch nochmal gerade ein, äh, Lagerhaus. Das werten wir jetzt immer direkt nochmal auf. Ähm, wir haben ganz, 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 ganz viel Garn. Aber, wir brauchen definitiv mehr Schneider. Was? Okay, so ist besser. Ähm. Schnauze, Röner. Weber, Weber, ah, Schneiderei, äh, Weberreien brauchen wir. Weberreien, Weberreien, Weberreien. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Ja, das machst du auch bitte mal gerade auf. Wo geht's hier denn mal weiter? Ähm, den Betrieb stellst du mal ganz kurz bitte ein. Spielstand gespeichert. Machen wir bitte hier. Und hier noch zwei Weber hin. Und, wir müssen mal schauen. Wir haben natürlich Segel Galor übrig, ne? Also, vielleicht können wir die auch ansonsten noch sinnvollerweise verkaufen. So, einen Schoner müssen wir bauen. Baukosten 20 und 10. Okay, das ist natürlich viel zu wenig, ne? Holen sie von, irgendwas von ihrem Leuchtturm. So, ich abhole mal kurz Pause. Und segel mal hier hin. Oh, das wäre mir fast, äh. Da wären wir fast entgangen. Ich hoffe, du bist jetzt rechtzeitig da. Die sieht auch hübsch aus auf jeden. Hey, warte mal. Aber, wo ist denn mein Schiffchen? Da bist du doch. Ja, mal schnell. Zielort. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Danke. So, und jetzt liefern sie das hier hin. Dann liefern wir. Schiff vom Stapel gelaufen. Juhu, das kann ich gleich an Archibald verkaufen. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Du hältst dein Versprechen. Können dir. Ja, 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 ja. Also, warte mal. Aber vielleicht. Lädst du mir da zuerst noch, ähm, unser Item ab, ne? So, was haben wir hier? Schwerindustrie produzieren in einem langsameren Rhythmus. Sie können, ah ja, genau. Man kann das hier ein bisschen, ähm, man kann das hier so ein bisschen forcieren. Was wir uns tatsächlich ja auch erlauben können, weil unsere Bevölkerung sehr zufrieden ist, ne? Das machen wir aber gleich, würde ich mal sagen. Äh, nee, das machen wir gleich nicht mehr. Denn, wir haben 38 Minuten voll. Kinders, ich speichere mal. Und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. In diesem Sinne, Paxo, Biskum und Valete.